hey freunde schön dass wieder dabei sein auf meinem kanal ich hoffe euch geht es gut fragen stock hier und für alle neuen ich hoffe dass ihr mich abonniert und die glocke drückt weil hier bekommt ihr jeden tag fast jeden tag reviews um die ohren gehauen über dürfte über alte dürfte über neue dürfte und so weiter so und heute widme ich dieses video einen duft ich liebe ihn seitdem ich ihn habe und ich habe bis jetzt noch nicht einmal vorgestellt sondern erst letztens nur in einer sammlung und ja er ist von rogers und zwar mustach absolut der flakon schon mal schwer massiv richtig gut gefällt mir auf jeden fall sehr gut und dieser duft dieser duft ist für mich cremig da habt ihr eine cremigkeit zedernholz patchouli rose mandarin absolut genial die rose denn ein bisschen pfeffer noch dazu richtig gut leute und das für einen preis das ist das eude parfüm für einen preis ich werde unten in meiner beschreibung den duft so gut wie es geht verlinken 20 euro 25 für 125 ml absolut spitze ich liebe diesen duft einfach genial einfach phänomenal wieder wieder flakon schaut euch diesen flakon an ich muss noch das eude toilette testen bzw mir mal besorgen soll sehr gut sein die haltbarkeit hier ist bei mir acht stunden das ist gut viele sagen der hält bei ihnen nicht so lange kann ich nicht sagen und die ausstrahlung man nimmt ihn war ist jetzt kein monster also keine monster silage aber trotzdem schon sehr sehr gut das ist das ist ein duft auch diese cremigkeit ist einfach genial durch die mandarin keine übersüße mandarin einfach eine ganz normale mandarin denn so leichter rosa pfeffer ist hier drin also dadurch ist der duft nicht wirklich sehr sehr pfeffrig nein weil das würde ich nicht mögen hier ist wirklich alles perfekt abgestimmt dieser duft könnte auch aus meiner sicht auf jeden fall 100 120 150 euro kosten weil das gibt weit schlechtere dürfte die weit teurer sind das ist wirklich genial ich kann ja nur noch mal sprühen das ist top top rogers mustach müsste man eigentlich backup flakons von holen weil in dieser duft hat es verdient ich weiß nicht was da ihr kennt das ja heute mit der reformulierung wer weiß was noch alles kommt wie viel dürfte werden reformuliert eigentlich für den preis müsste man wirklich zuschlagen weil das ist schon wirklich genial das ist ein genialer duft leute glaubt mir viele denken mustach ja im schnurrbart für ältere oldschool nein nein überhaupt nicht oldschool er hat auch nein hat auch noch nicht mal einen oldschool touch drin finde ich das was ich nein das ist einfach modern der alte das alte toilette nicht der alte das toilette soll ein klein oldschool touch haben oder hat einen als gut hat wie gesagt ich kenne ihn noch nicht ich werde ihn mir noch besorgen aber das hier cremigkeit mandarin leichter pfeffer patchouli und rose zedernholz noch vergessen man merkt es richtig richtig gut abgestimmt top rogers muss rogers rogers ich verwechsel das aber mit roger nein natürlich nicht verwechselt natürlich das nicht aber das ist wirklich genial rogers mustach ja leute ich hoffe euch hat das video gefallen ich werde den duft wie gesagt wenn ich ihn bekomme und ich glaube den bekomme ich unten in meiner beschreibung verlinken schaut doch mal rein auch für einen guten preis ich suche immer den besten preis raus und dann bleibt gesund und passt auf euch auf und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder macht's gut fragegenstark